Gemeinsam mit Erzbischof Dr. Koch sende ich Ihnen zu Beginn des neuen Jahres herzliche Grüße. Wir befinden uns hier an einem Ort, an dem sich katholisches Leben in den dunkelsten Stunden unseres Landes abgespielt hat. Mit Frau Dr. Abmeyer, der Vorsitzenden unseres Diözesanrats, habe ich Sie im letzten Jahr vom Dach des Humboldt-Forums im Berliner Schloss ausgegrüßt. In diesem Jahr wählen wir eine ganz andere Perspektive für unsere Grüße. Wir sind hier in der Gemeinde Herz Jesu im Prenzlauer Berg, wo Margarete Sommer mit dem Hilfswerk beim Bischöfligen Ordnerjahr Berlin verfolgte Juden unterstützte. In diesem Jahr hätte sie ihren 130. Geburtstag gefeiert. Dieser Ort war einer der wenigen Unterschlupforte für verfolgte Juden während der NS-Zeit in Berlin. Menschen in existenzieller Not fanden hier unter der Kirche einen Schutzraum. Wir wissen, dass es viel mehr solcher sicheren Räume bedurft hätte, um Verfolgten des nationalsozialistischen Deutschland beizustehen. Dieser Keller ist ein Ort der Hoffnung. Hier haben Menschen anderen Menschen aus Überzeugung beigestanden, ohne alle Konsequenzen abschätzen zu können, ohne zu wissen, wie lange sie gebraucht werden. Es ist ein Ort des langen Atems. Beim langen Atem fällt mir mit Blick in die Heilige Schrift das Gleichnis vom Senfkorn ein. Es ist, wie es bei Matthäus heißt, das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. So ist es auch mit dem Leben, was aus diesem kleinen Schutzraum entstanden ist, wenn Nachkommen der Verfolgten noch heute Kontakt zur Pfarrei aufnehmen. Zum Beginn eines Jahres, in dem Krieg in Europa herrscht, fällt es uns nicht leicht, Ihnen unbeschwerte Wünsche zu senden. Wir möchten Ihnen auch keine Bunkermentalität anempfehlen, sondern richten den Blick zuversichtlich auf die großen Dinge, die aus den ersten kleinen Schritten entstehen können, die Menschen gehen. Nach außen in unseren Kiezen, Dörfern und Städten wird vor allem durch unser Tun deutlich, dass die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen keinen Selbstzweck erfüllt. Das blitzt an vielen Stellen in unserem Erzbistum auf, wo Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht finden oder Menschen unterstützt werden, die die steigenden Lebenshaltungskosten nicht mehr stemmen können. Wir danken allen, die sich in diese Dienste stellen lassen. Es sind häufig die kleinen Gesten, die uns zu sichtbaren Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums in Berlin, Brandenburg und Vorpommern machen. Die Hilfe beim Einsteigen in den Bus für die Mutter mit ihren drei Kindern oder das vermittelnde Wort beim Familienstreit über aktuelle Tagespolitik. Wenn wir retten und nicht richten. Wenn wir uns nicht nur bedienen lassen, sondern selbst dienen. Dann säen wir die Botschaft des Evangeliums aus. Dann stellen wir jeden Tag aufs Neue unseren langen Atem unter Beweis. Mit Dankbarkeit und Respekt schauen wir in diesen Tagen auf das Leben und Wirken von Benedikt XVI. zurück. Über viele Jahrzehnte war der Papst Emeritus ein Sämann des Wortes Gottes. Bei der Aufarbeitung von Missständen in unserer Kirche hat er einen ersten Anfang gemacht. Wir setzen diesen schmerzhaften Weg fort und sind noch lange nicht mit ihm am Ende. Bei seinem Berlin-Besuch 2011 hat er uns ein besonderes Wort geschenkt mit seiner Botschaft. Wo Gott ist, da ist Zukunft. Einen langen Atem und Vertrauen auf die Zukunft brauchen wir auch bei vielen weiteren Herausforderungen, die es in unserer Kirche selbst gibt. Beim Synodalen Weg wurden und werden Überlegungen geteilt und Beschlüsse gefasst. Wir sind jetzt aufgefordert, sie in unseren Gemeinden und Vereinen vor Ort, in Gemeinschaften und Einrichtungen zu bedenken, weiterzuentwickeln und konkret umzusetzen. Wie die Rückmeldungen zur Bischofssynode aus unserem Erzbistum gezeigt haben, kann dies nur gelingen, wenn wir Diskriminierung aller Art in der Kirche abbauen. Wenn Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Identität, ihrer Herkunft oder ihrer geistlichen Prägung Gleichberechtigung erfahren und jedem Klerikalismus widersprochen wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur eine synodale Kirche eine lebendige Kirche ist. In unserem Erzbistum werden wir mit der Einführung eines Synodalrats ganz konkrete Schritte zu mehr Beteiligung, Verantwortungsübernahme und Transparenz gehen. Wir bitten Sie, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Unsere Perspektive für die Kirche im Erzbistum Berlin für das neue Jahr ist klar. Form und Inhalt gehören zusammen, damit aus kleinem Großes entstehen kann. In diesem Sinn freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen und wünschen Ihnen ein gesundes und gesegnetes neues Jahr 2023. Bis zum nächsten Mal.